Hi, ich bin der Tom von der PC Games Hardware und ich zeige euch heute das Asus Maximus 7 Hero. Das ist Teil der neuen ROG Serie, den Z97 Mainboards, die am 11. Mai in den Handel kommen, gemeinsam mit dem Haswell Refresh Launch und ich würde sagen, wir fangen mal an auszupacken. Der Karton, wie die ROG Serie üblich in rot gehalten, kann man aufklappen hier. Dann hat man schon mal einen ersten Blick auf das Mainboard durch dieses Sichtfenster und hier oben auf der Innenseite der Klappe findet man alle möglichen Infos rund um das Mainboard, die marketingwirksam platziert sind. Interessiert uns nicht. Wir machen das Board an sich auf. Plastikabdeckung kann man zur Seite legen. Ich nehme als erstes mal das Board raus. Sehr schick gestaltet, komplett in rot-schwarz. Erstmals ist auch das PCB mattiert schwarz für Case Modder also durchaus interessant und das gesamte Design ist durchgängig in rot und schwarz gehalten, wie man eben sehr schön sieht. Auch hier beim SupremeFX Soundchip. Kleines Makro, der leuchtet blau, sobald das Board angeschaltet ist. Was man hier vielleicht erkennen kann, diese leichte braune Linie, die hier im Board verläuft. Da sind LEDs drin und wenn das Board dann mit Strom versorgt wird, leuchtet das ganze rot. Klar, hier der Sockel L50 für die Haswell und Haswell Refresh CPUs. Vier RAM Slots. Wir haben insgesamt fünf Lüfteranschlüsse und eine der größten Besonderheiten und Neuigkeiten jetzt bei diesen Mainboard Serien das ist dieses Ding hier. Das ist der M2 Slot für SSDs und das erlaubt eine deutlich höhere Datendurchsatzrate als die bekannten SATA Slots, die wir hier sehen. Ebenfalls wie üblich vorhanden bei den ROG Boards ein Klartext Display, wo Fehlercodes und Postcodes angezeigt werden, dass ihr immer wisst, was mit dem Mainboard gerade los ist. Power On Reset Schalter für Übertakter. Ein Schalter, um die Memory Funktion zu testen, ob der Speicher auch richtig funktioniert. Dann haben wir hier noch das IO Panel, ganz klassisch. Die Netzwerk Ports sollen angeblich laut ASUS ein bisschen feiner verarbeitet sein und deswegen stabilere Verbindungen liefern. Als Chip kommt ein Intel Chip zum Einsatz. USB 3.0, vier Stück Ports hier. Noch weitere zwei können an die Front durchgereicht werden. Hier haben wir USB 2.0, ein PS2-Port für Maus und Tastatur, D-Sub-Ausgang, DVI-D, HDMI-Out, falls ihr die integrierte Grafik verwendet und hier natürlich noch der Sound. Gut, was findet sich noch in der Packung? Eine weitere Folie und ein Karton, weg damit und das restliche Zubehör. Die hintere IO-Blende, schwarz gehalten, durchaus schick, mit hinten einem kleinen Kissen. Dann haben wir hier die Treiber-CD. Da sind auch noch ein paar Software-Dinger dabei. Daemon-Tools, zum Beispiel Kaspersky-Antivirus, sowie einige ASUS-Tuning-Utilities für Windows, um beispielsweise die Lüftersteuerung zu optimieren. Und natürlich sind die ganzen Treiber auch hier mit drauf. Das Handbuch ist durchaus sehr umfangreich gestaltet. Da finden sich alle möglichen Tipps zum Anschließen und auch eine Einführung ins BIOS und über die ganzen verschiedenen Einstellungen, die sich dort eben finden. Erklärungen, Platz für Notizen ist auch ein bisschen vorhanden. Top ausführlich also. Kleiner Nachteil, nur auf Englisch verfügbar. So, was haben wir noch an Gimmicks? Einige Aufkleber. Da könnt ihr eure SATA-Kabel mit beschriften. Dann wisst ihr immer genau, ob es gerade um die Boot-Platte, die Windows-Platte, Anwendung, Medien, Spiele-Platte, wie auch immer handelt. Für Freunde des Case-Beklebens ein kleines ROG, Republic of Gamers Badge. Das könnt ihr euch sogar leicht erhöht. Kann man aufs Gehäuse kleben. Dann für die Front-Schalter am Gehäuse. Das ist sehr praktisch, weil es ein bisschen Fizzelei einfach erspart. Da könnt ihr die Kabel vom Gehäuse direkt auf dieser Adapter stecken und der Adapter kommt dann im Ganzen auf das Front-IO-Panel auf dem Mainboard drauf. Sehr angenehm. Dann für Freunde von Multi-Grafikkartensystemen eine SLI-Brücke für Nvidia-Grafikkarten. Eine Crossfire-Brücke ist nicht dabei, wäre aber auch möglich. Dann haben wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 SATA-Kabel und das war es dann, was wir an Ausstattung zu bieten haben. Verpackung und Style, alles schön und gut, aber wichtig ist, wie man so schön sagt, auf dem Platz. Dort schlägt sich das Maximus 7 Hero durchaus sehr gut. In meinen Tests hat es bei den Benchmarks ziemlich gut abgeschnitten und kann definitiv mit seinen Vorgängern locker mithalten und sie auch stellenweise übertreffen. Zur Performance von den M2 Slots lest ihr in der nächsten Ausgabe mehr. Alle anderen wichtigen Testdaten rund um das Maximus 7 Hero findet ihr online im Artikel zu diesem Video. Das war es von mir, bis dahin und zum nächsten Mal.